Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner hier in Expeditions Viking. Ja, nach dieser frustrierenden letzten Folge muss ich doch nochmal kurz erläutern, was ich glaube, was sich da abgespielt hat. Es gibt ja im Kampf die Möglichkeit zwischen lethal und non-lethal, also zwischen tödlich und nicht-tödlich zu wechseln, als Grundmodi. Und ich glaube, ich habe einfach nicht verstanden in dem Moment, was heißt ich glaube, ich weiß, ich habe in dem Moment einfach nicht verstanden, dass die Leute eigentlich nicht zu töten seien, beziehungsweise ich habe vergessen, dass es diesen verdammten Button gibt und der war auf tödlich sehr wahrscheinlich noch eingestellt. Deswegen haben wir den Kampf verloren, als wir den Anführer der Bande und seinen Kollegen getötet haben. Logisch eigentlich, hätte man wissen können, habe ich aber leider vergessen, es ist wie es ist, wir müssen jetzt damit leben. Quest gescheitert, frustrierend, aber nicht zu ändern. Beim nächsten Mal weiß ich es hoffentlich noch besser. Und vergesse es nicht erneut. Das ist halt immer ein Problem. Ganz grundsätzlich für einen Let's Player, wenn er längere Zeit das Spiel nicht spielt, bis man dann wieder reinkommt, passieren dann eben solche überaus ärgerlichen Fehler. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum dieser Kampf die Wahlfreiheit belässt, zwischen tödlich und nicht-tödlich. Warum man nicht bei so einem Quest-Kampf dann einfach festlegt, dieser Kampf ist automatisch nicht tödlich, außer der Spieler will explizit die tödliche Variante auswählen. Dann muss er aber extra noch einen Button klicken. So hätte ich das als Game Designer gelöst, weil es gibt ja für uns nichts, aber auch wirklich gar nichts, weder rollenspielerisch noch sonst wie zu gewinnen, wenn wir diesen Mann töten. Also das macht halt auf jeder Ebene rollenspielerisch keinen Sinn und es macht auch Gameplay-technisch keinen Sinn, weil wir dadurch jetzt die Quest verloren haben, Erfahrungspunkte liegen gelassen haben, etc. Also das ist tatsächlich irgendwie schade. Beziehungsweise ich sollte nicht sagen Erfahrungspunkte, sondern Fähigkeitenpunkte. Erfahrungspunkte gibt es ja in diesem Sinne nicht in diesem Spiel. Okay, ja, sehr ärgerlich, aber wie dem auch sei, wir werden jetzt zu den Pikten aufbrechen. Wir haben hier, ach nee, wir hatten noch einen weiteren Missionsauftrag und zwar den Gerber abfangen. Und da werde ich jetzt nochmal das Ziel markieren, weil ich nicht mehr weiß, wo das genau war und leider auch die Karte jedes Mal wieder verdunkelt wird mit jedem Mal laden. Also werden wir da nochmal aufbrechen. Und hier am Lager warten, bis der Gerber kommt. So, vier Stunden verstreichen. Oh, das sieht gleich viel besser, viel, viel heller hier aus, taghell. Ein diskreter Pfiff von Morkand, der weckt eure Aufmerksamkeit. Eine kleine bewaffnete Gruppe nähert sich auf dem Waldpfad, einen Händler eskortieren, dessen schwere Säcke ihn plagen. Das sieht nach unserem Ziel aus. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend. Er muss uns verraten, mit wem er sich trifft. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten, bevor sie uns entdecken. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten. Die Feinde werden in zwei Runden eintreffen. Wir sollen den Hinterhalt vorbereiten. Das heißt also, Fallen wären jetzt hier ein gutes Ding. Das ist eine Wurfwaffe. Habe ich überhaupt Fallen dabei? Wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Habe ich natürlich vergessen. Doch, wir haben ein Stolperdraht von Morkand, den er direkt neben sich auslegen kann. Ich weiß nicht genau, wo die Gegner eintreffen. Ich würde mal sagen, hier auf dem Weg... Oh, das ist jetzt haarig, denn... Fallen... Ja, das ist schön, aber... Ich werde mal meinen Bogenschützen, Kettil, bitte hier aufstellen lassen. Und dann werden wir hier schon mal eine Falle aufstellen. Okay, die verläuft jetzt aber hier über drei Felder. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Denn wenn der Gegner uns hier angreift, nach hier oben rein will, wenn wir uns hier verstecken sollten, dann hat er hier kaum eine Möglichkeit vorbeizugehen. Außer er geht hier entlang und irgendwie hier unten entlang, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Gut, dann müssen wir Kettil nur nächste Runde zurückziehen. Morkand hatte auch nochmal ein Stolperdraht. Aber der kann ja nur bis hier hingehen. Leute, wie machen wir das am besten? Jetzt muss ich mal überlegen. Wie machen wir das? Hier haben wir den Stolperdraht jetzt so hingestellt. Ja, man hätte ihn anders aufstellen können, wenn ich das jetzt gewusst hätte, dass der sich über drei Felder spannt, hätte ich ihn einen weiter nach rechts aufgestellt. Damit das hier zu ist. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Pech haben laufen die hier durch und keiner löst eine Falle aus. Aber ich werde, glaube ich, dann mal hier hingehen mit Morkand. Und wenn ich jetzt die Falle aufstelle, dann müsste sie, hier wird es auch angezeigt, komplett hier aufgespannt werden. Perfekt. Das ist perfekt. Dann haben wir sogar eine zweigliedrige Fallenkonstruktion hier mit den Stolperdrähten wenigstens. Das ist jetzt nicht ideal, aber schon mal gar nicht so verkehrt. So. Dann werden wir mit ihm einfach hier hinten abwarten, ob wir hier einen Sturmangriff machen können. Gehen mit ihm in Deckung. Aslife und Sigurd. Wie machen wir das mit euch? Ja, ich würde sagen, Sigurd stellen wir... Ja, stellen wir die alle rechts davon auf und... Wie machen wir das? Ich würde ja schon fast sagen, ja. Deckung gefesselt. Ach so, hier ist wieder dieses komische Zeug. Ja, das ist hier nicht so ideal, ne? Also hier sollte man nicht rein. In die beiden Felder. Nefja. Nefja geht bitte mal hier hin. Und Aslife stellt sich dann hier drüben hin. So, was wir mit den beiden machen, das müssen wir dann nächste Runde schauen. Okay. So, wir haben hier nämlich ange... Eingestellt, tödliche oder nicht tödliche Angriffe. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf nicht tödlich. Damit das diesmal wenigstens funktioniert. Denn auch den Händler brauchen wir ja lebend. Jetzt habe ich die Nachricht auch bekommen. Naja, da hätte man drauf kommen können. Aber wie gesagt, ich hatte das völlig vergessen. So, Runde beenden. Alle sind gefestigt. Sigurd steckt immer noch fest. Das ist natürlich jetzt... Oder? Steckt er nicht mehr fest? Nö, ich glaube, er steckt nicht mehr fest. Das wird hier nicht angezeigt. Das ist doch schon mal gut. So, Morkant. Bleibt bitte hier hinten. Und Kettil, der... Sollte jetzt vielleicht auch von hier hinten aus angreifen. Oder von hier aus. Ja. Schauen wir mal. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier leisten können. Da kommen sie. So. Liebe Leute. Und jetzt lassen wir sie schön hier durch die Fallen laufen. Wahrscheinlich laufen die alle hier an der einen Falle vorbei. Aber vielleicht sind es so viele. Vielleicht auch nicht. Sind das hier alles nur die Gegner, die wir besiegen müssen? Ja, ich glaube... Ach, da hinten wäre auch noch ein Bienennest wieder gewesen. Schade. Wenn ich das treffen könnte, das wäre natürlich super. Um hier gleich einen Gegner... Ähm... ...ein Problem... ...vor ein Problem zu stellen. Das kann ich nicht, weil hier der Baum blockiert mit Kettil. Uff, das ist ein Risiko. Weil wenn ich mich jetzt hier so offen hinstelle, um das abzuschießen, kann sein, dass mich hier schon einer überrundet nächste Runde. Wobei wir ja die Fallen haben. Und diese Bäume hier, die gehen echt auf den Sack, wenn die hier so reinblenden. Ähm... Tja, da geht's nicht. Äh... Geht's denn... ...von hier hinten? Nope. Von hier. Ja, das geht. Nicht. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Äh... Ach Gott. Von hier? Nope. Da steht wieder einer vor. Also kann ich hier quasi... Na, durch meine eigene Falle werde ich jetzt nicht laufen. Ich kann das also nicht abschießen. Das ist ja blöd. Na gut, da würde ich sagen, wir... Hm, hm, hm. Sollten vielleicht... Ja, die werden auch alle blockiert hier. Vielleicht schon mal... Anlauf ausschalten. Naja, was heißt ausschalten? Schaden machen, wenn's geht. Ja, immerhin geplagt und getroffen. 42 Schaden. Und dann ziehen wir ihn einfach wieder hin zurück, dass der unter Schutz steht. So, Asleif, du hast... Beschützen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon brauchen. Schild ignoriert Schaden. Das machen wir mal. Verteidigend. Und mit ihm machen wir... Schadensreduktion. Falls jemand durchbricht... Obwohl, wir haben das nur einmal übrig. Das sollten wir vielleicht an der richtigen Stelle, am richtigen Moment anwenden. Ne, dann lassen wir das noch sein. Neffia hat auch Türs Gunst. Also wir könnten das mehrmals anwenden über verschiedene Charaktere. Das ist auch okay. So, was haben wir denn noch? Eine Ladung. Ja, das muss man halt immer perfekt anwenden, im richtigen Zeitpunkt, ne? Wir könnten ein Ziel in Panik versetzen. Oh, das können wir sogar bei allen machen. Perfekt. Geistige Resistenz. Charakter benimmt sich unberechenbar. Wie hoch sind denn die Resistenzwerte hier? 30, 18, 15, 16, 21 und 23. Das hängt bestimmt von der Fähigkeit ab. 4 ist bewandt. Schützen 4. Plenkler 4. Ach, das ist eine Heilerin. Deswegen hat die so hohe Resistenz. Wie nehmen wir denn da mal? Also am meisten fürchte ich mich ja vor dem Sperrkämpfer. Wir wissen, die machen immer ordentlich Schaden. Und auch vor Künzwilf, der hier durchbrechen könnte. Und so ein Plenkler, der hier mit doppelten Waffen Berserk geht, hinter den Reihen. Das wäre natürlich perfekt. Das könnte man machen. Was ist das hier? Anpflegung. Feuerfest. Na, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Lasst uns mal hier Verdammungen auf den Mann hier ganz hinten machen. Okay, der ist jetzt in Panik. Mal gucken, ob uns das hilft. Das ist auf jeden Fall eine unterstützende Maßnahme hier. Und vielleicht sollten wir auch unseren... unseren Mann hier drüben, den Gunnar. Ja, das ist das Problem. Das Feuer blockiert und auch die Leute blockieren jetzt alle. Das heißt, ich kann gar nicht mit dem Sturmangriff hier reinlaufen. Außer ich ziehe jetzt irgendwie Neffja beiseite. Nach da oder so. Dann wäre wieder der Weg frei. Aber das ist natürlich jetzt schwierig. Ich glaube, ich ziehe ihn hier hin. Taktisch gesehen. Da macht er, glaube ich, am meisten Sinn. Balders Gunst hat er auch. Alle erhalten gefestigt. Körperliche Resistenz 100. Ja. Das ist aber jetzt gerade auch nicht so wichtig. Gucken wir mal. Ich glaube, wir können die Runde beenden. Mehr machen wir jetzt hier nicht. So. Die feuern. Autsch! Oh, er ist fast tot. Das habe ich nicht gewusst, dass sie da durchschießen dürfen. Oder nicht gesehen vielmehr. So. Er wird geheilt von der Heilerin. Alles klar. Dann läuft er jetzt hier durch die Falle hindurch. Sehr schön. Okay. Das heißt, er ist jetzt ein Easy Prey. Ein Easy Target. Aber er muss sich selber heilen. Da gibt es jetzt keine... Ja, weil er nicht hinter der Deckung sitzt. Deswegen. Verdammt. Aber wenn er hier ist, dann dürfte er nicht mehr getroffen werden, oder? Oh, das ist jetzt ein Risiko. Wenn ich ihn jetzt hier hinziehe, er wird doch getroffen. Dann ist er tot. Definitiv. Beziehungsweise ist er niedergeschlagen. Ne, muss sich heilen. Geht nicht anders. Er muss sich selber heilen. Er kann sich aber nicht selber heilen, oder wie? Er kann nur andere heilen. Das ist ja bitter. Damit. Ja, dann müssen wir ihn hier zurückziehen und hoffen, dass das ihn beschützt vor den Bogenschützen. Immerhin sind die jetzt alle beschäftigt hier. Und der, weiß ich auch nicht, der war in Panik, aber macht jetzt irgendwie gar nichts. Vielleicht seinen Zug einfach ausgesetzt. So, Nefja. Du könntest mit ein bisschen Glück hier schon mal Blöße vorhersehen, aber ich würde sagen, wir machen das so, wir werden, oh, wie machen wir das? Schadensreduktion wäre gut. Hm, beschützen wäre nicht schlecht. Wir könnten jemanden inspirieren noch. Oh, jetzt ist die Frage, was machen wir? Also, Nefja würde ihn nicht töten. Asleif könnte ihn töten, hat dann aber keine Fähigkeiten mehr übrig. Ähm, und der steht hier eigentlich ganz gut, um den Gegner abzuhalten. Jetzt ist natürlich, klar, die Falle hier völlig umsonst aufgestellt gewesen, das können wir aber jetzt nicht mehr ändern. Oh Mann, was machen wir jetzt? Das ist jetzt echt kompliziert. Ha. Ähm. Ja los, Nefja haut. Das ist jetzt nicht optimal, egal wie ich es mache, es ist alles nicht optimal, weil wir irgendwelche Züge jetzt hier verplempern. Wir könnten jetzt mit Kettil natürlich ihn abknallen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich mit ihm hier beschützend und mit ihm haue ich den Willi-Krott schon mal kaputt, außer Gefecht gesetzt. Jetzt muss der Nächste nämlich rankommen hier. Und bevor der das schafft, kann ich nicht feuern. Damn it. Die sind alle hinter Deckung. Wartet mal. Ähm, Gunnar, kannst du Sturmangriff machen auf ihn? Ja, könntest du. Äh, der hat aber auch beschützend bekommen. Oder Sturmangriff hier rauf. Da würden wir auf jeden Fall den Gegner hier vor viel größere Probleme nochmal stellen. Könnten aber eventuell Gunnar auch verlieren. Also das ist jetzt echt ein gewisses Risiko. Vor allen Dingen, ich komme an ihm ja nicht vorbei. Uff. Schwierig. Wie machen wir das? Also Asleif hat das schon gemacht. Der kann nicht mehr. Der könnte jetzt noch einen nach vorne. Aber nichts mehr machen. Nefja hat ihren Zug gemacht. Kettil ist noch dran. Tja. Ich würde sagen, dann versuchen wir erstmal den Schildgegner hier auszuschalten. Mit so wenig Aktionen wie möglich. Ähm. Hoffentlich kann der mit seinem Schild nicht abwehren. Das wäre wirklich bescheiden. Aber wir machen viel Schaden. Die Frage ist, reicht das wahrscheinlich nicht? Blockchance ist auch irre hoch. Also das halte ich nicht für die beste Idee hier. Weil eben die Blockchance so verdammt hoch ist. Vom Gegner. Hm. Ich würde sagen, wir ziehen die jeweils vor. Entfesselt. Immerhin. Jetzt ist der hier schon mal festgesetzt. Nefja geht hier in Deckung. Kettil. Tja, der könnte hier in Deckung gehen. Weiß ich nicht. Hm. Oh, oh. Das ist ja wieder ein komplizierter Kampf hier. Ich bin immer im Überlegen und kann immer so schlecht abschätzen, was ist jetzt die beste Vorgehensweise. Wir hätten übrigens noch Streuschuss. Dann könnten die hier entdeckt werden. Die sich ja hier verstecken. Das können wir mal machen. Macht Sinn, finde ich. Dann sind die entdeckt. Ich hoffe, sie bleiben es bis zur nächsten Runde. Aber wahrscheinlich wieder nicht. Das war wahrscheinlich wieder vertanet. Ja, zu spät. Egal. Verpennt, verpennt, verpennt. Wie immer bei mir. Das ärgert mich. Das hätte ich später anwenden müssen, damit ich noch einen Schuss abgeben kann. Weil das keine Attacke ist. Doch, es ist eine Attacke. Das heißt, das nützt mir jetzt ja auch gar nichts mehr. Morkant könnte hier aber noch angreifen, immerhin. Ha! Die späte Rache des Morkant. Warum kann ich den eigentlich nicht selber heilen? Das frage ich mich immer noch. Warum ist das nicht möglich? Offenbar geht das nicht auf ihn selbst. Hm. Wir könnten den Stäubling noch versuchen auszulösen. Und für Fernkampf irgendwie volle Deckung zählt. Ja, machen wir es einfach. Egal, ob es jetzt gut ist oder nicht, werden wir sehen. Immerhin sind wir jetzt noch mehr in Deckung. Keine Ahnung. So. Gunnar. Was machen wir mit dir? Fernkampfangriff, wie gesagt. Sturmangriff macht keinen Sinn. Wegen der hohen Blockchance. Da müssen wir eigentlich einen anderen Gegner angreifen mit. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier schon vorziehe, bin ich natürlich für die Bogenschützen wieder voll angriffsfähig. Und auch für den Sperrkämpfer. Hm. Aber ich glaube, ich kann ihn zumindest schon mal hier hinziehen. Vielleicht. Oder hier hin. Vielleicht erleichtert mir das das Ganze nächste Runde. Und vielleicht machen wir jetzt auch mal hier Türs Gunst, dass wir hier Schadensreduktionen erhöhen. Bei den ganzen Leuten hier. Denn nächste Runde kommt vielleicht weiterer Schaden rein. Mal gucken. Runde beenden. Es geht los. Hier kommt der Plänkler und wird umgestoßen. Jawohl. Der ist reingelaufen. Sehr gut. Ja. Oh, er hat uns betäubt. Ah, nicht gut. Und jetzt Todesstoß nach Betäuben. Das ist natürlich ganz mies. Er ist jetzt dreiviertel tot. Oh, 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 oh. Oh, und ich habe mein Mikro jetzt hier angeschlagen, weil das wieder so blöd hier steht. Verzeiht bitte. Ich muss es nochmal wegschieben. Weil ich... Weil das Standbein genau vor meinem Stuhl steht. Ach Mann, das ist blöd. Ich schiebe das mal gerade rum. Es wird bei euch jetzt leider Geräusche produziert haben. Aber so kann ich mich jetzt hier besser hinsetzen. So, also er ist jetzt quasi down. Und ich komme mit dem Heiler auch nur ganz schwer ran. Ich müsste jetzt erstmal mit Neffia gucken. Ei, 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 ei. Anlauf steht hier. Oh, oh, oh. Das wird jetzt übel. Weil jetzt haben wir auch für den Sturmangriff natürlich jetzt wenig Schaden. Aber egal. Wir müssen jetzt hier den Heiler töten. Das macht leider nicht so viel Sinn. Aber was soll ich machen? Viel andere Möglichkeiten habe ich hier nicht. Dann kriege ich ihn hier auch nicht tot. Ja, egal. Komm, wir müssen jetzt hier die Leute ausschalten. Einen nach dem anderen. Es ist nur bitter, weil wir hier alle Züge verbrauchen müssen von den Leuten, um einen einzigen Gegner auszuschalten. Das ist natürlich bescheiden. Echt super beschissen auf Deutsch gesagt. So, jetzt muss ich aufpassen. Denn er darf hier nicht durch. Muss aber definitiv jetzt Aslai feilen. Da gibt es gar keine andere Wahl. Okay, gut. Das hat schon mal geklappt. Das sollte uns ein bisschen Ruhe verschaffen. Jetzt die Frage, was macht Sigurd? Der könnte angreifen, aber das macht eh nicht so viel Schaden. Ich würde sagen, wir nehmen auch hier nochmal entweder die Schadensreduktion für alle. Oder wir geben nochmal jemandem einen zweiten Angriff. Die Frage ist, wem wir das geben sollen. Du kannst erst mal wieder zurück in die Deckung. Das ist schon mal ganz gut. Da könnte Kettil nämlich hier hin und einen zweiten Angriff bekommen. Oder wir geben Neffia einen zweiten Angriff, dass sie Unlove pieksen könnte. Ich glaube, das ist am effektivsten hier. So, geben wir ihr mal mit Inspirieren hier zweite Angriffsmöglichkeit. Leider mit wenig Schaden. Warum auch immer. Na gut, der hat so hohe Schadensreduktionswerte. Ja, das sind halt Stufe 4 Leute, die Söldner. Also die sind schon stark. Die sind wirklich stark, die Leute hier. Das wird schwierig, die auszuschalten. Aber mehr kann ich jetzt hier nicht tun. Er ist immer noch benommen. Ihn könnten wir jetzt natürlich nochmal ein Stück weit zurückziehen. Falls sich jetzt hier noch jemand reinstellt, zum Beispiel der Plänkler gleich, dann könnten wir da nochmal gucken, dass wir von hier hinten nochmal vielleicht angreifen. Ja, Kettil bleibt hier. Ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich viel tun. Nee, gar nichts, um genau zu sein. Das war's. Runde beenden. Brace for Impact. So, Willy Brod erlitt leichtes Trauma. So, immerhin, der Betäubenangriff hier ging fehl. Oh, kritischer Treffer. Ja gut, das habe ich jetzt eingegangen. Das Risiko, dass Kettil da angegriffen wird. Immerhin, ich weiß nicht, ob ich Kettil heilen soll. Da gucken wir gleich mal nach. Jetzt ist natürlich wieder Kintwiff hier. Blockiert wieder meine Angriffe. Und dadurch wird jetzt hier alles verhindert. Egal, der muss jetzt sterben. Immerhin ist er jetzt flankiert. Sehr gut. Da hatte ich gar nicht dran gedacht, aber es stimmt natürlich. So, dann wird Aslaif hier mit ihm Schluss machen. Yes. Der Plänkler ist auch außer Gefecht. Super. Noch drei Feinde verbleibend. Das müssten wir doch jetzt eigentlich schaffen, oder? Blockchance 69 und er hat gar keine. Weil er kein Schild hat. Ja, dann würde ich, hm, was würde ich denn dann sagen? Den hier erwischen wir leider eh wieder nicht. Morkant. Wen heilst du jetzt? Ich würde sagen, Gunnar ist eigentlich wichtiger, dass der geheilt wird. Also, dass Gunnar geheilt wird, ist eigentlich wichtiger. Neff, ja. Die hat ihren Zug noch nicht gemacht. Müsste aber eigentlich Tontwin. Oh, der hat Vorhersehen aktiviert. Der nächste Angriff wird kritisch. Uiuiui. Das ist auch nicht so super dolle. Was machen wir denn jetzt hier? Die Schützen, da komme ich definitiv nicht dran. Egal, was ich mache. Also, ich komme schon dran, aber danach kriege ich voll auf die Birne mit ihr. Das macht also jetzt nicht so wirklich viel Sinn, meiner Meinung nach. Ja, dir, das Betäuben kann ich nicht mehr anwenden, weil ich musste den jetzt gerade ausschalten erst noch. Kettil hat noch seinen Zug, seinen Angriff, sage ich jetzt mal. Aber auch hier ist wieder die Blockchance so hoch. Oder ist das mit Fernkampf, kann er da nicht blocken? Wie war das nochmal? Also, Nahkampf sowieso. Schadensreduktion für Nahkampf ist aber auch sehr hoch. Wenn wir ihn hier wegbekämen, wäre auch gut. Aber der gefährlichere Mann ist eigentlich er hier. Nur er hat halt auch eine hohe Fernkampfresistenz. 67 Prozent. Das ist natürlich richtig bescheiden. Hm, was könnte man noch machen? Schnellschuss, damit man zwei abfeuert. Tja, bewegungsunfähiges Ziel macht jetzt auch hier wenig Sinn. Wir könnten Demoralisieren anwenden, damit der wenigstens nicht wieder so einen tödlichen Angriff vollzieht. Ja, das machen wir mal. Ich glaube, das ist das Beste hier, dass der Schütze oder die Schützin hier nicht weiter Schaden draufsetzen kann. Ähm. Die Finte, bewege dich auf die andere Seite des Ziels und sorge dafür, dass das Ziel seinen Gelegenheitsangriff verbraucht. Dann könnte aber theoretisch der Schütze uns hier flankieren im Anschluss. Andererseits ist der Gelegenheitsangriff weg. Naja, aber was hilft mir das dann, ne? Hm. Uff, schwierig. Inspirieren. Was könnten wir denn Inspiratorisches machen? Inspirieren hat nur Sigurd, ne? Ja, natürlich. Wäre auch sonst. Das würde ja sonst wenig Sinn machen. Also, ironisch gesehen, ne? Weil wenn ich jetzt Inspirieren mache, auf zum Beispiel Gunnar, dann kann der noch ein zweites Mal angreifen, aber er kommt ja hier nicht an dem Typen vorbei. Würde ich jetzt hier Finte auf ihn machen, dann käme ich mit Gunnar vorbei, aber der hat jetzt ja keinen Angriff mehr, den er zurückbekommt mit Inspirieren. Ihr seht, wo das Problem liegt. Der Typ, also wir bräuchten zwei Leute mit diesen verschiedenen Fertigkeiten, damit das gut funktioniert. Und das tut es halt nicht. Verdammt. Das ist Mist. Richtig großer Mist. Was machen wir jetzt? Also, ich kann ihm den Angriff geben. Er ist ja eh schon halb tot. Das halte ich für keine so gute Idee. Immerhin, dass wir jetzt Fernkampfschaden auf Kettil kriegen, ist ja unwahrscheinlich. Und auch auf Gunnar. Also, Kettil heilen müsste ich nicht unbedingt meiner Meinung nach. Wenn dann wahrscheinlich eher... Ich ziehe Kettil einfach mal weg hier. So, und dann heile ich Gunnar. Das findet er gut. Das ist schön. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir... Ah, jetzt können wir uns hier wieder nur in Deckung begeben. Kann der mich treffen? Der eigentlich nicht. Aber ich gehe trotzdem mal einen nach hier, dass es auch abgesichert ist, wenn der sich bewegt. Jetzt könnte man halt gucken, ob man hier auf Tontwine so einen Sturmangriff macht. Ich glaube, das machen wir auch. Und zwar inspirieren wir Gunnar. Und dann machen wir mit Gunnar den nächsten Sturmangriff. Diesmal auf Tontwine. Immerhin, 51 Schaden. Das müssen wir jetzt einfach mal hinnehmen. Besser wird es nicht mehr. Der Heiler ist immerhin weg. Also, die Leute hier, die können sich nicht mehr heilen. Ich komme jetzt natürlich nicht weg und bin immerhin nicht mehr so gut für den Schützen zu treffen, durch das Demoralisieren. Tontwine könnte jetzt mit einem kritischen Angriff ziemlich heftigen Schaden wahrscheinlich machen. Aber das lässt sich jetzt auch alles nicht mehr ändern. Da müssen wir jetzt mit leben. So, sie kann jetzt aber noch angreifen. Sie kann angreifen. Oder sie macht Blöße vorhersehen, dass sie auch einen kritischen Angriff in der nächsten Runde kriegt. Ich glaube, das ist sogar noch wertvoller. Oder ich nehme bei ihr nochmal Türs Gunst, weil wir dann nochmal die Schadensreduktion von allen Leuten verbessern. Wir werden jetzt ja Schaden bekommen von ihm, ihm. Wahrscheinlich nicht von ihm. Aber dass wir das nochmal ein bisschen reduzieren. Ja, machen wir mal. Türs Gunst. Ah, hat sich ausgewirkt, aber wurde nicht angezeigt. Okay, Runde beenden. Ja, kritischer Treffer, 46. Immerhin, das ist okay. Das ist okay. Der Schütze läuft weg, der kann jetzt auch nicht wirklich was machen. Der hat aber unterbrechend aktiviert. Und er will mich jetzt auch hier töten, aber er schafft es nicht. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Na, wobei völlig, weiß ich nicht. Es ist in Ordnung. Hehe. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Kettil. Der will jetzt von hier hinten agieren. Ich glaube, da machen wir mit Kettil wieder Unterbrechungen. Demoralisieren meine ich, dass der Schütze hier ausgeschaltet ist. Denn es sind ja nur noch drei Feinde. Okay, so. Dann brauche ich dringend einen... Müssen wir dringend Tontwine benommen machen. Das hat geklappt. Super. Da können wir hier einen Todesstoß machen mit Sigurd. Dann ist Tontwine nämlich weg. Jawoll. Tontwine besiegt. Und jetzt können wir uns hier in Ruhe um Anlauf kümmern. Der jetzt hier auch so schnell nicht mehr... Ah, okay. Aber dann kriegt er seinen Angriff. Das hatte ich vergessen. Aber wir haben geblockt. Sehr gut. So. Das heißt für mich, ich könnte sogar Leoba angreifen mit ihr. Oder wir greifen ihn hier an. Mit 69% Blockchance. Ne. Ne, ich glaube, wir machen Blöße vorhersehen. Dass wir nächste Runde effizienter sind. Gunnar muss jetzt hier nochmal aushalten. Und der kann ja hier Spalten machen. Absorption hat nur noch 38. Der macht 34 bis 38 Schaden. Das heißt, ich werde dem mit der Attacke kaum mehr Schaden machen. Was haben wir noch? Ablenkungsschlag. Blockierter Angriff. Ja. Oder ich könnte einen Schildhaken machen. Aber das ist für einen Follow-up Angriff. Und den habe ich jetzt nicht mehr. Diesen sogenannten Follow-up Angriff, sage ich mal. Den habe ich nicht mehr. Also wäre Ablenkungsschlag wahrscheinlich die richtige Idee. Ja. Machen wir das mal. Genau. Und der Schlag geht jetzt voll auf ihn. Und Neffia. Achso, die kann jetzt nicht mehr. Oh, das ist jetzt blöd. Warte, dann muss sie einmal zurück. Morkant. Du musst einmal bitte Gunnar nochmal heilen. Dass der die nächste Runde definitiv noch überleben kann. Ha! Sehr gut! So, und jetzt ist eigentlich für Aslife nur noch eins übrig. Den Bogenschützen festsetzen. So, Kettil hat auch sein Ding gemacht. Der kann jetzt aber schon mal hier hingehen. Das ist jetzt eigentlich auch ungefährlich. Ja, dann ist das Thema für die Gegner eigentlich erledigt. Das können die jetzt vergessen. Genau, er haut ab. Aber das hilft ihm natürlich nichts. So, Schild hat nochmal absorbiert. Schade. Aber, dann gehen wir jetzt mal hier auf Sturmangriff. Und das war's. Anlauf außer Gefecht gesetzt. Und jetzt ist es eine Frage der Zeit. Können jetzt Leoba hier nochmal angreifen. Zack, 44 Schaden. Kettil kann auch nochmal angreifen. So, geplagt. Er ist jetzt auch in Deckung hier. Das ist ganz gut. Schicken wir schon mal Neffia hier rüber. Und Morkant, bitte, bitte, bitte. In Deckung, dass der sicher ist und nicht noch hier auf dem letzten Meter hier gesnipet wird. So. Und da kann der jetzt Gunnar auch nicht mehr treffen. Perfekt. Morkant könnte noch was tun. Widerstandskräfte verdoppelt. Widerstandskräfte verdoppelt. Statuseffekte entfernen. Das Ziel nochmal in Panik geraten lassen. Vielleicht passiert ja was. Was unvorhergesehen ist. Ist natürlich jetzt eigentlich auch egal. Aber wurscht. So. Gelegenheitsangriff. Ja, perfekt. Dann hat sich das erledigt. Sieg. Das war ein ganz schön knapper Kampf. Der Gegner war sehr erfahren. Das hat man dann auch gemerkt. Dass die uns doch vor große Herausforderungen gestellt haben. Aber wir haben es geschafft. Immerhin. So. Wir haben jetzt natürlich unsere Stolperdrähte verloren. Die müssen wir dann wieder neu erstellen. und auch mal für Neffia irgendwas hier ins Inventar legen. Und für Gunnar auch. Das hatte ich jetzt vergessen. So. Der Kampf ist vorbei. Und Willi Brod, der Gerber, kommt langsam wieder zu sich. Von Blättern umringt. Immer noch am Leben. Gut. Sag mir, wer der Spion ist. Oder ich zeige dir eine ganz neue Bedeutung des Wortes Schmerz. Immer. Ach so. Willi Brod steht mühsam auf und spuckt blutig aus. Heidnischer Bastard. Du bist keiner von uns. Das geht dich nichts an. Steck deine Nase. Verzeiht. Steck deine Nase nicht in andere Leute Angelegenheiten. So. Wir können jetzt auch mit Diplomatie kommen. Da wo ich herkomme, haben wir verschiedene Möglichkeiten, einen Mann zum Reden zu bringen. Wir können ihn auch bestechen mit Preziosen. 10 Pens. Interessant. 200 Preziosen sind also 10 Pens hier in der Rechnung. Okay. Stich ihm durch die Hand. Falsche Antwort. Nein, wir gehen natürlich den Diplomatie Weg. Wir kennen verschiedene Möglichkeiten, um Leute zum Reden zu bringen. Nichts, was du tust, wird mich meine Loyalität zu Osred verraten lassen. Hm, Kettil, hast du je vom Blutadler gehört? Eigentlich ist es eine Hinrichtungsmethode, aber sie kann auch eine sehr effektive Form der Überzeugung sein. Kettil lässt mit einem fiesen Grinsen seine Knöchel knacken. Erst benutzt man ein schönes, scharfes Messer, um die Rippen von der Wirbelsäule zu trennen. Dann zieht man die Lunge durch das Loch. Wenn man es vorsichtig genug macht, kann man das Opfer ziemlich lang am Leben erhalten. Lang genug, um jede Antwort zu bekommen, die man sucht. Willi Brods Lippen zittern bei dieser Vorstellung. Gütiger Gott, ihr seid ja ungeheuer. Kettil zieht sein Messer und fährt mit dem Finger sanft die Klinge entlang. Wollen wir anfangen? Er fällt darauf her herein. Halt, ich sage dir, was du wissen willst. Der Gerber greift schmerzerfüllt hinter sich und holt nach etwas Gewühle ein kleines Stück Stoff in den Farben von Osreds Wappen hervor. Mir wurde gesagt, ich soll dies einer Person geben, die Kundschafter ist und trotz des jungen Alters viele Entbehrungen erdulden musste. Mehr weiß ich nicht. So, wir können ihn jetzt am Leben lassen oder wir können ihn töten. Ich glaube, unser Auftrag war, ihn im Anschluss zu töten, um sicherzugehen. Wir haben ja jetzt, was wir wollten, nämlich die Information. Ja, dann muss er trotzdem sterben. So grausam ist eben die Welt. Wir können es uns, glaube ich, nicht leisten, ihn hier am Leben zu lassen. Nein, bitte! Aber wir kennen keine Gnade hier. So, aber immerhin ohne Blutadler. Das wäre ein bisschen grausam gewesen. Ein kleines bisschen. Gut. So, wir können jetzt die drei Kundschafter am Lager von Äthelred noch befragen. Ah, oder wir können direkt versuchen, das Zeichen des Spions jemandem zu zeigen, der Kundschafter ist und trotz des jungen Alters viele Entbehrungen erdulden musste. Also es gibt hier tatsächlich einen Verräter. Und den werden wir beim nächsten Mal ausfindig machen, liebe Leute. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. War wieder eine recht lange Folge, aber das ist bei diesen Kampffolgen immer so, weil man doch hier sehr viel überlegen muss. Gut, beim nächsten Mal werden wir dann hier in der nächsten Staffel fortfahren. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenauer sagt, ciao, ciao. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017